willkommen beim montage video vom modicap black edition für die quest 2 und als allererstes müssen wir natürlich erstmal das originale headstrap der quest 2 entfernen das heißt wir werden erstmal das face cover entfernen dann entfernen wir den halteriemen hier oben jetzt können wir den klinkenstecker ausstecken und jetzt müssen wir einfach nur hier diese halterung leicht nach da ziehen es ist alles nur gesteckt das gleiche machen wir auch ich ziehe jetzt in meine richtung aber vorsichtig dass man nichts abreißt und schon ist das originale elitestrap demontiert das gleiche gilt natürlich für das originale headstrap der quest 2 das ist auch hier nur aufgesteckt und man kann es ganz leicht demontieren jetzt können wir das modicap black edition für die quest 2 montieren und das ist eigentlich ganz einfach einmal hier rum wir müssen diese halterung einfach hier aufschieben und ich versuche das mal ganz schön einzufangen für euch so wie fangen ganz vorne an und schien vorsichtig durch und die eine seite schon fest und das machen wir jetzt auf der seite auch wo wir setzen hier vorne an ihr seht das noch mal und ziehen einfach nach hinten und ja schon ist das headstrap montiert jetzt setzen wir das face cover noch auf aktivieren wieder unser quest sound kit über den klinkenstecker und schon haben wir das modicap black edition für die quest 2 montiert und ich wünsche euch jetzt viel spaß damit wir sehen uns im nächsten video